Umberto, ich habe gehört, ihr habt ein neues kybernetisches Schulungsmodell aufgebaut. Was hat es damit auf sich? Es hat auf sich, dass man damit wesentlich mehr verkaufen kann. Die Idee, die hinter der Kybernetik steckt, ist folgendes, Erfolg zu automatisieren. Warum das? Ich komme ursprünglich von einer Gesellschaft her, wo die Besten zehnmal mehr machten als der Durchschnitt. Und dieses Phänomen trifft man in jeder Branche an. Vielleicht nicht zehnmal mehr, jedoch gibt es in jeder Branche Menschen, die zu viel besseren Preisen verkaufen. Es gibt solche, die viel einfacher Termini abmachen. Es gibt solche, die viel effizienter arbeiten, weniger Leerläufe haben. Einfach, die erreichen mehr und oftmals über Jahre immer mehr. Die haben auch die besseren Kundenbindungen, die haben weniger Stornos, die haben mehr weitere Empfehlungen. Und diese Menschen machen gewisse Dinge einfach richtig. Und die Verkaufs-Kybernetik ist ein Modell, wo genau diese Dinge abgebildet sind. Also jeder, der das durchläuft, hat die Möglichkeit, nachher zu dem Besten zu gehören oder der Beste zu werden. Und wenn man vielleicht schon der Beste ist, kann man das noch einfacher und schneller machen. Du hast mir so eine Grafik mitgebracht. Wie muss ich mir das da mit diesem Modell vorstellen? Also, das ist so ein Modell, wo am Schluss das Ziel ist, wesentlich besser zu werden. Wesentlich. Ich möchte auf die einzelnen Schritte nicht genau eingehen. Wichtig ist einfach, es lässt nichts aus. Es geht von A bis Z. Und das ist auch etwas Spezielles. Die meisten Schulungen sind in der Regel Flickwerke. Das ist da nicht. Es ist wirklich ein Modell, wo man schlussendlich besser ist. Wo jemand besser wird, das ist bei jedem unterschiedlich. Und das Schöne ist, wenn man das Ganze hat, kann man genau in dem Bereich besser werden, was einem noch fehlt. Und das macht Spass. Ich weiss, das Modell dauert zwölf Tage. Du sagst jetzt, das ist ein Modell, das wirklich alles umfasst. Aber zwölf Tage, das ist eine ganze Menge. Und ist es nicht auch eine rechte Investition rein finanziell? Finanziell kann ich sagen, man verdient damit mehr Geld. Weil es ist eine Vorfinanzierung. Und wenn ich nachher meinen Lebtag lang besser kommuniziere, werde ich meinen Lebtag lang profitieren und mehr Geld verdienen. Das ist richtig. Und dann von der Zeit her, wenn ich überlege, eine Ausbildung, jemand studiert, jemand macht eine Lehre, dann hat man ein eigenes Geschäft. Und schlussendlich lebt man von der Kommunikation. Aber das hat man nicht wirklich, wirklich sauber gelernt. Und was sind schon zwölf Tage? Und in einem oder in zwei Jahren interessiert niemand mehr das Geld, das man investiert hat. Und in zwölf Tagen, dann freut man sich nur noch über die besseren Ergebnisse. Wenn ich davon profitieren möchte, ist es dann so alles oder nichts? Also muss ich gleich diese zwölf Tage buchen oder kann ich irgendwie auch kleiner einsteigen? Du siehst, das ist ein Kreislauf. Und erstens, wo du beginnst, spielt keine Rolle. Auch die Reihenfolge spielt keine Rolle. Jedes Thema ist für sich abgeschlossen. Und schlussendlich hast du das Ganze. Jetzt gibt es Leute, die machen halt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht nur ein oder zwei Segmente. Viele machen gleich das Ganze. Das kann man wählen. Für wen ist dieses Modell gedacht? Also wer nimmt da am besten daran teil? Also im Prinzip alle. Wenn ich da wieder denke, der Top-Manager, grosse Verhandlungen, es geht um Millionen. Und er ist nicht absolut fit, er macht Fehler und das kostet Millionen. Dann die Frau, die nebenher ein Geschäft aufbaut. Man denkt schon, es ist nur nebenher. Aber wenn es dann nicht läuft, der Frust. Andere Leute, die tagtäglich arbeiten. Der Handwerker, der hat eine super Ausbildung, vielleicht sogar eine Meisterprüfung. Steht immer im Preiskampf draussen. Es spielt gar keine Rolle. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel mein Büropersonal. Die sind Sekretärinnen und trotzdem verkaufen sie sehr viel. Einfach, weil sie ein paar Dinge gut machen. Oder wenn ich an die Techniker oder Monteure denke draussen. Die könnten so einfach mehr machen. Jeder, der Kundenkontakt hat, kann kommunizieren und besser kommunizieren. Der Arzt. Mein Arzt kann heute mehr Privatpatienten haben. Wie kann ich mich jetzt für das Komplette oder für die einzelnen Segmente anmelden? Ganz einfach. Man geht bei mir auf die Homepage, geht auf Verkaufskur und Ethik, macht das PDF-Dokument aus, drückt das aus, füllt das aus und schickt das ein. Und man kann es faxen unter die Nummer 0041-52-368-01-89 oder man kann uns auch anrufen unter 0041-52-368-01-88. Super. Danke. Dann freue ich mich auf die künftigen Seminare mit dir. Ich mich auch. Und herzlichen Dank. Danke, Dirk. Und einen schönen Tag. Gleichfalls. Danke. Danke.